Okay, ich höre ein Auto. Und jetzt ziehen, ziehen, ziehen. Weil noch unten, unten, unten. Unten, unten, noch mehr, noch mehr. Stopp, nach rechts. Und Feuer, fliegt nach rechts. 180 Grad. Warte, ich mache nach Sound. Stopp, nein. Wir verstecken uns mal erstmal hier. In der Hoffnung, dass mich hier nichts sieht. Bis die Zone kommt. Ja, der Plan ging nicht so aufbringen, wenn die kommen. So schnell mal rausspringen. Nein, du willst es cool machen. Das geht nicht. Vertraue mir. Warte, das ist selbst hinter mir gewesen. Der ist hier drin, der ist neben mir. So, ich bin in der Halle. Wie, der dünner Mann? Oh nein, ich bin down. Ja, Bullshit, ich werde umgehauen. Ich werde umgehauen, ich bin... Oh, je. Oh, Gali. Probier dich einfach mal im Wies aus. Ja, das ist bei dem Schreiben, dass man so will. Ich bringe Achtung hin. Ey, pass auf. Ey, hier ist einer, hier sind was. Ich habe ihn. Oh, ich bin raus. Ist gut. Oh. Oh. Vor mir ist der. Der ist vor mir, der schießt nicht auf mich. Du kannst mich retten. Ich komme. Der trifft mich nicht. Ja. Ja. Nein. Swoon, fahr in die Zone. Okay. Wir reden ja schon. Dann markier doch mal was. Ja. Du musst mal ein bisschen... Na, du machst halt. Ich trink' Bier. Fahr irgendwo rein. Mach keinen Unfall. Kein Unfall. Kein Unfall. Fahr ruhig langsam. Wir haben voll viel Zeit. Okay. Ey. Ey, 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 ey. Spoon. Ey. Nein. Nein. Ich habe doch gerade gesagt, kein Un... Ich habe gesagt, kein Unfall. Wie du möchtest. Mach das wirklich, wie du möchtest. Aber gut, dass wir... Ey, Spoon, ne? Ey, ohne... Ey, Spoon, du bist so... Ey, du bist so lächerlich. Ey, das... Wir sind in der Zone. Ey, nee, 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 nee. Das ist... Ey, Spoon, das ist... Nein. Jetzt mach ruhig mit dem Van. Ey, das ist lächerlich, was du machst. Jetzt mach ruhig. Und hoff einfach, dass von da nichts kommt. Wartet. Hä? Da war gar kein Spieler drauf. Ghost Rider. Du musst schon hier hinterwerfen, dass das klappt, mein Freund. Hier, warte. Ich zeige dir das mal. Ich zeige dir, wie das geht, okay? Ich zeige dir, wie das geht. Gesehen? Gesehen? Mit Ankündigung. Ey, der hat sowas von dem Drop. Er macht den Unfall natürlich wieder. Was? Oh, nein. Ey, musst du immer... Oh! 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 What the fuck? What the fuck? Wenn ich an der Zone fern... Wenn ich an der Zone sterbe... Dann mach ich den Stream aus. Und spiel nie wieder Battlegrounds. Mach auch dann beim Turnier morgen nicht mit. So. Also, spiel. Überleg dir das gut. Ich wette, gleich irgendwas ist noch richtig nah bei uns und richtig laut. Okay. Okay. Oh, bitte überlebe. Bitte überlebe. Easy. Ist gar nichts von uns in der Nähe. Seht ihr das? Wir haben den Battlegrounds Göttern Angst gemacht. Nix explodiert. Das ist alles relativ weit um uns entfernt. Also, es ist so, als würden die Bomben von uns ausgehen. Wir würden die wegschleudern. Ja, und Quantum, du meinst, wir The Walking Dead wird jetzt besser, weil ich hab in der ersten Staffel aufgehört zu gucken. Okay, ich komme jetzt erst mal nicht, sonst bin ich auch tot. Nein! Nein! Ja, lass mal gucken, was da ist. Oh! Oh, noch mal die Red Zone. Ist egal, YOLO. Fahr dann einfach weiter. Fahr unter das Haus rechts oder so. Hier ist es da. Halt ein bisschen ab. Oh, nein! Oh, nein! Nein, wir sind schon wieder beide gestorben! Hab ich nicht gesagt, fahr unter das Haus. Hab ich nicht gesagt, fahr unter das Haus. Ich bin extra ausgestiegen und weggerannt. Oh! Wusstet ihr übrigens, dass Bomben nie auf der Straße landen? Also, wir können einfach hier lang fahren. Das ist nicht wahr. Tut mir leid. Doch. Bomben landen nicht auf den Straßen. Wie sich jetzt fast der Fagen gefüllt hat. LUL! Bomben landen nicht auf den Straßen! Mann! Ey! 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 Wir sind jetzt schon das dritte Mal heute von der Bombenzone gestorben. Ich glaub das jetzt irgendwann nicht mehr. Ich glaub das jetzt irgendwann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Osten ist grad irgendwas da? Was? Hier, hier vorn. Osten. Oh! Oh, siehst du wie geil die Glocke ist! Oh! War der das? Ich glaub der war das. Der hat grad voll geschrien. Sorry! Oder irgendwie... Glaub ich auch auf mich. Warte! Der ist gleich tot. Versuche ich nicht. Oh wow! Der ist nicht gestorben, Alter! Hm. Da hab ich den ein bisschen voll gekäst hier. Ist tot. Mit Dropshot Glocke den vierten auch noch gekillt! Oh! Oh Mann! Oh ho ho ho! Oh! Beim Um die Ecke laufen! Hahaha! Was ist das denn noch? Einer, Leute! Einer! Pfanne! Pfanne! Alle vier mit Pfanne! Wenn wir den sehen! Ja! Ich hab keine. Ja, das liegt hinterm Stein. Seid, komm hinterm Stein. Ja, komm wir rennen mit der Pfanne hin! Are you ready? Okay, let's go! Der ist da, der ist da! Alle hin! Hinterm Stein, hinterm Stein! Ja! Hahaha! Wir haben Karnium verboten mit der Pfanne! Hahaha! Nice! Das Sound geht wieder! Wie soll ich dich re-weiten? Soll ich dich re-weiten? Wie soll ich dich denn re-weiten? Alter! Geht denn überhaupt? Oh, mir schwindel ich! Ich geh schon schwindelig! Jetzt gleich kommt die letzte Zone! Mal gucken, wer gewinnt! Ich hab ihn gleich noch voller Leben! Oh, ich schaff das noch! Ich werde das gewinnen! Warte, ich werf mal eben nen Nate aus dem Fenster! Oh-oh! Okay, die nächste Zone kommt! Die letzte Zone kommt jetzt! In zwei Sekunden! Wir schaffen das! Wir gewinnen! Nein! Wir haben nicht mal gewonnen! Wir sind nur vierter geworden! Nein! Das hier vorne ist das rote mit dem Dach! Das hier vorne? Ja, da ist einer auf dem Dach drauf! Echt? Den hab ich nicht mehr... Okay! Ja, dann kann der uns doch jetzt abschießen, oder? Warte mal! Nee, die fliegt nicht so weit, denk ich mal! Ich zeig dir das! Oh! Ich hab den gekillt! Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Oh, Kobi! Wow! Okay! 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 Oh! Ich bin mein Paradies, mein Freund! Vielen, vielen Dank, Heidenreiter! Warte mal! Oh! 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 Timing! Oh! Oh, Leute! War das göttlich! Jedes total game halt! Minimum! Sollten wir eigentlich immer military-dinger landen? Mhm! Weil entweder kommen wir raus... Oh! Oh! Lull! Oh mein Gott! Wie waren die das? Boah, ich bin erschrocken! Lass den, wenn du eine Waffe findest, direkt den Typen in der Mitte pushen, oder? Ja, aber hier ist irgendwie noch einer gewesen, ne? Ja, der ist... Auf deiner Seite noch. Ich hab noch nichts, leider. Warte! Dann nehmen wir jetzt einer im Haus. Bist du da, der hier reinkommt? Nee, nee. Ah! Hä? Ach so! Dein Name war genau über dem! Echt? Bullshit! Ich hab gesagt nein! Ich hab gesagt nein! Ey, dein Name... Ich hab den gesehen! Dein Name war über... Clip! Oh nein! Clip! Mal... 300 Meter! Oh! Oh! Yes! Schöne Kicke klaut von dem... Der hat noch gelebt! Der hat noch gelebt! Der war nicht... Aber M249 mit 15-fach Scope ist schon ein bisschen hart.